guten tag und herzlich willkommen zu lasst uns zocken mit bloodborne psx in der letzten folge ist noch gar nicht so arg viel passiert wir sind erwacht in einem seltsamen labor also wie gesagt ich habe die story von platform immer noch nicht so richtig gerafft warum jetzt also warum er ein hunter ist das verstehe ich schon warum er von allen anderen in dieser stadt gejagt wird ist mir noch nicht ganz klar das hat irgendwas mit verschiedenen blutlinien zu tun und man weiß es nicht auf jeden fall tun wir unsere ersten schritte hier in janem eine stadt die ich habe jetzt mal schon erwähnt dass bloodborne so ein bisschen anleihen an hp lovecraft hat nach da ist das brennende wie ich habe ein kreuz okay ich mich also entweder habe ich mich vertan oder sie haben das doch ein bisschen sehr umgestaltet alles ist ja wurscht wie gesagt das ist ja auch irgendwie langweilig wenn das exakt das gleiche spiel noch mal wäre man wird sich da jetzt schon perfekt auskennen ich mich da angeschlichen an ja genau diese dieser hof da mein gott was ich da am anfang rum gekrebst hat muss man jetzt mal gucken dass wir jetzt da stehen nämlich so ein paar von den hansen dass wir die nicht alle auf einmal auf sich aufmerksam macht uns irgendwie geht die kiesel sind mehr so pflastersteine genau kommt ihr mal einzeln ausbaufähig würde ich sagen okay aber so viele kiesel habe ich nicht um die jetzt einzelne okay hat sich erledigt drei so möchte ich das ja ich bin jetzt im ersten teil in der ersten folge ja schon zweimal gestorben ich versuche es auf ein minimum zu beschränken auch scheiße hörst du wohl auf damit Ah, Hund! Wo ist er hin? Oh, er rückt mich. Naja, stimmt. Das war auch geil gemacht. Oh! Das ist neu. Ah, shit. Ah, wow! Okay, ich sehe schon. Sie spielen ein bisschen damit, dass man vermeintlich schon weiß, was passiert. Weil im Original-Plattform ist diese Tür von dieser Seite verschlossen und bleibt es auch. Man hört zwar dieses Gepolter dahinter und man kommt dann auf anderem Wege, auf die Rückseite der Tür, um da dann diesen Troll oder was das darstellen soll, zu bekämpfen. Aber ja, davon gingen die wohl aus und haben ihn da rausbrechen lassen. Nett! Aber ich meine, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, wenn das mein Projekt gewesen wäre. Cold Blood Dew. Was mag das sein? Ich kenne leider nur die deutschen Bezeichnungen von den Gegenständen. Wo ist es denn? Cold Blood Dew. Droplet of Cold Blood containing Blood Echoes. Ach, das sind so, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. So Gegenstände, die kann man halt benutzen und dann kriegt man auf einen Schlag diverse Blutechos. Ist halt ganz praktisch, wenn man irgendwo aufleveln will und es reicht noch nicht für die nächste Stufe oder so. Genau, da ist die besagte Bestie am Kreuz, wie ich es letztes Mal gemeint habe. Aber wo geht es denn jetzt in die andere Richtung hin, wo ich da vermeintlich... Ne, halt, das ist das Tor. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Oh. Nehmen wir die halt auch noch mit. Nehmen wir die halt auch noch mit. Haha. So. Bisschen chaotisch, aber ging doch. Ach, ne, ich bin den Weg einfach nicht zu Ende gegangen, merke ich. Ich bin da, glaube ich, einfach die Treppe hoch. Genau, und habe da festgestellt, dass es da noch weiter geht und habe den Weg nicht verfolgt. Na gut, okay. Dann gehe ich den halt jetzt. Dieses seltsame Rascheln, wenn der rennt, das ist auch irgendwie unruhigend. Hier kommt die Geschütze. Warum hinterlassen die Blutfiolen? Die Leute mit den Gewehren haben traditionell Munition zu hinterlassen. Wobei so furchtbar viel habe ich die Pistole ja auch noch nicht benutzt. Insofern. Und Steinscherbe. Ich habe jetzt mittlerweile, also ich habe mich noch nicht so wirklich viel mehr schlauer gemacht über das Spiel, aber ich weiß schon, ich meine zu wissen, dass es, wie vermutet, nicht das komplette Bloodborne-Spiel ist, sondern nur so eine, so Auszüge oder so eine Art Best-off oder so, ich weiß es nicht. Ich denke, du bist von hierher. Ich bin hier draußen in der Nacht der Hunde. Oh, poor, poor thing. Da geht echt ein guter Party-Up da drin. Komm ich da runter? Ja, komm ich. Okay, der Troll, der da jetzt normalerweise am Tor rüttelt, ist jetzt wohl weg. Der steht nämlich normalerweise hier und stampft gegen das Tor. Eine Fackel. Wie schön. Äh. Ein Stock. Nee, Moment mal. Doch. Ich bin bei der Fackel. Für ein bisschen mehr Licht. Genau, da hinten hat es Raben. Die sind auch wie im Original da. Ja. Genau. 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 Das haben die ganzen Raben gefressen, dass die immer Kiesel hinterlassen. Also Kiesel wahrscheinlich, aber warum? Die Musik hier. Das Problem ist... Ich habe halt das erste Bloodborne noch einmal gespielt. Das heißt, da gibt es bestimmt noch einiges, was ich nicht entdeckt habe. Deswegen mag es jetzt disversumale vorkommen, dass ich einfach nicht unterscheiden kann. Ist das jetzt was Neues, was die Entwickler von dem Demake sich ausgedacht haben? Oder ist das einfach was aus dem Original, was ich noch nicht kenne? Man weiß es nicht. Macht hoch, die Tür. Ich gehe zwar nicht durch, das ist bestimmt eine Abkürzung. Ach, ich weiß. Ich weiß, was die Spieluhr ist. Oh boy. Ich glaube es jedenfalls. Oh, diese Spieluhr macht echt eine seltsame Atmosphäre hier. Ah, Schande. Arrg. Das war ein bisschen viel auf einmal. Hm. So. Wenn die nicht alle auf einmal kommen, ist das vielleicht auch ganz machbar. Diese Spieluhr, ey. Was ist das jetzt? Da hinten ist noch ein Hund. Komm halt her, Töle. Ist aber auch schneller, als die Polizei erlaubt. Es ist halt schwer abzuschätzen, wann der dich beißt und wann nicht. Äh, also ab wann er einen erreicht hat. Ja, lad du mal nach in Ruhe. So, hab ich hier alles abgegrast? Es gäbe ja theoretisch noch auf der anderen Seite so eine Stufe, die ich runter kann, aber da kann ich halt nicht mehr zurück dann. Blöderweise. Oh, der Brücke da hat Zwölfe, glaube ich. Richtig. Richtig. Blockiert. Ja. Und auch noch gleich zwei. Ach, die lass ich erstmal. Jetzt mal da unten gucken. Hallo, hallo? Jemand zu Hause? Ja, genau. Jetzt bin ich oberhalb von dem Platz hier. Ähm. Ähm. Und so hab ich genug von diesen Steinscherben. um beim nächsten Besuch im Hunter-Stream mal zu gucken, ob man da nicht vielleicht schon was verbessern kann. Auch wenn ich nach wie vor lieber die Axt hätte. Das ist jetzt auch diese ekligen Ratten. Und den Klubsch-Augen. Natürlich. Heute hier so ein bisschen cartoonig aussehen. Ingegebenermaßen. Scheiße. Ach ja Da gehe ich jetzt mal kurz in den Handler-Stream und gucke Ob ich da schon was verbessern kann Kann ich wohl Oh, zwei Scherben Na dann Transformation Oh Okay Im Pause-Menü R1 drücken Um die Waffe zu Nochmal Müsst du Waffe dafür angewählt sein? Okay Das ist nicht so elegant wie Wie im Original Dass man das einfach auf Knopfdruck machen kann Aber ich habe schon gedacht Die Trickwaffen funktionieren hier gar nicht Uff, das ist aber wirklich umständlich Naja Aber immerhin Lass mal um Immerhin habe ich jetzt ein bisschen mehr Reichweite Okay Dann beam ich uns mal wieder dahin Wo es uns geschrägt hat So Immer noch nicht elegant Oh, Wurfmesser Ja, okay Aber Mit der ausgeklappten Waffe Und dem Ein bisschen Mehr Stärke drauf Funktioniert es jetzt deutlich besser Ha Blind Gekillt Okay Ich weiß nicht mehr genau Wie das Moveset Vom Original Saw Cleaver war Aber Ich glaube Die haben es ein bisschen Geändert Und der Jetzt bist du Wolf Scheiße Und der ausgeklappte Saw Cleaver Hat jetzt scheinbar So ein bisschen Die Funktion Was die Axt vorher hat Und nämlich diesen Waaah Diesen Routumschlag Na gut Yay Eigentlich die Hunter-Klamotte Cool, cool Na endlich Das ist schon ein geiles Design Das erste und einzige Cosplay Was ich je gemacht habe Also was ich mir für Halloween So zusammen gebastelt habe So ein Hunter So ein Hunter Dress hier So jetzt die Frage Gehe ich jetzt da runter Oder probiere ich erstmal Eine der zahlreichen Leitern Die hier waren Die ist wenigstens gerade Gesäubert Dann könnte ich nicht Wenn ich jetzt da runtergehe Merke, dass ich da nicht weiterkomme Dann muss ich wieder hoch Und dann sind die ganzen Viecher wieder da Ach da stimmt Da bin ich jetzt Okay Was kommt da? Ein Wolf Ein Gewölf Sackgasse Oh shit Fuckity fuck Ach das war dumm Judith Das ist ja ganz geil Das ist ja ganz geil Okay Ein paar unbedeutende Tode später Bin ich wieder hier oben Oh ja ich merke schon Wie auch beim Wie auch beim Originalspiel Sollte man sowas nicht spielen Wenn man schon ein bisschen müde ist Ah da geht's nicht rüber Okay Ah Wolf Komm zurück Das hilft doch nix Wollen wir jetzt mal hier Kämpfen Wo man nicht runterfallen kann Scheiße Ach man Ach man So Jetzt endlich mal wissen was da ist Okay Okay da geht's auch irgendwie runter Und da hinten steht Oh 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 Habe ich ihn in seiner Pickslichkeit gar nicht erkannt hier Kollege Golem Ich wüsste echt gerne Wie man das Ziel wechselt Das wäre echt gut Nimm doch den Großen Der direkt vor dir steht Ist doch nicht so Nein Er nimmt die Raben Oh so eine abkürzung oder ein speicherpunkt wenn jetzt langsam mehr echt cool an der stelle um nicht ständig wieder diesen weg laufen zu müssen okay sich nicht umbringen lassen wir auch eine option aber realistisch und ich sag noch scheiße das war hier ich muss das bitte anvisieren die kleriker bestie scheiße also schnell zwischen gegenstätten hin und her schalten ist hart das ist so nett und lässt mich noch die waffe wechseln ich glaube mit einer schnelleren waffe bin ich hier besser beraten so 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 Incoming! Ob es mal da den Fokus wieder hatte, wenn er einmal verloren hat. So! Cool! Das ist doch mal nett. Und da ist eine Laterne. Das tut so gut. Was ist jetzt die Frage? Da ich ja die ganze Zeit nur gestorben bin und die Fehlversuche wahrscheinlich wegschneiden werde, um euch da nicht übermäßig zu nerven damit, ist jetzt wahrscheinlich die Stunde noch gar nicht voll. Also ich spiele jetzt schon eine Stunde, aber netto ist es wahrscheinlich weniger als eine Stunde. Deswegen. Also wenn jetzt eine Endcard kommt, dann ist die Folge hier vorbei. Wenn nicht, dann mache ich jetzt noch eine Runde. Aber ich gehe dann erstmal in den Hunter's Dream, um ein Bösen zu leveln. Was kann ich denn eigentlich kaufen, bevor ich jetzt hier level? noch nichts weiß ich nicht. Gegengift. A Call Beyond A Call Beyond One of the secret rites of the Choir Long ago, the Healing Church used phantasms to reach a lofty plane of darkness, but failed to make contact with the outer reaches of the cosmos. The right failed to achieve its intended purpose, but instead created a small exploding star, now a powerful part of the choir's arsenal. At times failure is the mother of invention. Ist doch alles klar, oder nicht? Für 10.000 Blutechos, okay. Könnte es sein, dass das so eine Art Bonus-Mission ist, die man sich da kaufen kann, für einen Haufen Geld? Weil, was das praktisch im Spiel für Nutzen hat, müsste ich mir das tatsächlich anlesen. Was hat die eigentlich für einen Akzent? Ist das irgendwas Britisches? Was? Ja. Die hat einen komischen Akzent. Wieviel brauche ich denn? Ah okay. Ich weiß es ist vielleicht falsch, aber ich... ... ... Ich möchte immer einigermaßen gleichmäßig levelen. Ich weiß, dass das bei Bloodborne eigentlich der falsche Weg ist. Was soll's? Ah, die kleinen Inhaber der Träume. Sie finden Hunderten wie dich. Worsche und serve sie. Sprich Worte, sie machen sie nicht, aber trotzdem sind sie so süß. Auf Wiedersehen, guter Hunder. Kannst du deine Worte finden in der wachsenden Welt. Okay. Sprecherin. Okay. Hier ist vermutlich... The gates to the cathedral ward are shut tight. Okay. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall den cathedral ward, also den kathedralen Bezirk, noch zu sehen im Spiel. Das ist ja schon mal schön. Wie gesagt, es ist nicht ganz klar, wie viel vom Originalspiel jetzt tatsächlich... ...in dieser Version enthalten ist. Ah! Ey, wenn man in der Wand hängen bleibt, hast du keine Chance mehr. Bis du dich da zurecht gedreht hast, damit man wieder was sieht. Keine Chance. Aber ich könnte tatsächlich... Also, das ist wirklich unschön gemacht, mit dem... Dass man da ins Menü muss, um die Waffe umzubauen. Das hätten sie auch zu Playstation-Zeiten irgendwie schöner hingekriegt, glaube ich. Ich meine, die Knöpfe sind alle belegt, das sehe ich ein, aber... Wenn man halt irgendwo doppelt... ...einen Doppelklick drauf macht, oder was? Wie zum Beispiel bei... ... bei Soul Reaver 2, um den... ... um den Soul Reaver auszufahren. Machst du doppelt... ... einen Doppeldruck auf Kreis, glaube ich, und dann klappt das Ding aus und gut ist. Da ist eine Tür. Ah ja, okay, Moment. Dafür braucht es ein bisschen... ... Licht. Weil da versteckt sich Geschmeiß in der Dunkelheit. Da sind die alle so... Er ruft. Da saß doch irgendwo einer im Rollstuhl und schoss. Genau. Da ist er. Der Rollstuhlmann. Da steht noch einer. So, in diesem Spiel darf man auf die Behinderte keine Rücksicht nehmen. Die sind nämlich mitunter fiese Arschgeigen, die Typis da in ihrem Rollstuhl. Wenn der Hunt begann, die Heilige Kirche hat uns, blockiert die große Brücke in den Kathedralwäldern, als alte Yharnam auf dem Grund, die moonlit Nacht. Screenshot für Thumbnail. Old Yharnam ist auch so ein neuer Bezirk, das heißt, es könnte gut sein, dass wir den auch zu sehen kriegen. Ein Bezirk, in dem ich im Originalspiel sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Weil da ein optionaler Endgegner drin rumhockt, der mich schier wahnsinnig gemacht hat. Für alle Kenner des Originals, die bluthungrige Bestie. Ich glaube, ich habe, lass es mal 50 Versuche mindestens gewesen sein, bis ich die gelegt hatte. Beim zweiten Durchlauf, um den DLC zu machen, ging es dann nach dem dritten Versuch oder so. Oder nach dem zweiten Versuch. Aber am Anfang leckten wir, das Viech hat mich so genervt. Und das ist einer dieser Endgegner, wo man jedes Mal erst mal durch den kompletten Bereich durchlatschen muss, bis man wieder beim Endgegner ist. Das hat immer ewig gedauert. Irgendwann kannte ich da jeden Wehrwolf mit Vornamen. Oh, das ist doch schon die Tür zum Kathedralen Bezirke, oder nicht? Oder? Nee. Ah, nee, das ist der Anfang hier. Sehr schön. Mit diesem furchtbaren Geräusch. Geh, ich soll direkt mal wieder zurück. Äh, die Kanäle habe ich jetzt noch offen. Die muss ich da noch mal gucken. Ob es da überhaupt weiter geht. Aber zumindest lagen da ein paar Gegenstände rum. Die ich gern hätte noch. Ich mag ja diesen aufgeladenen Angriff. Hä? Bist du wohl... Ah! Das ist ja verwirrend. Was da noch mal? Dieses Haus ist im Original auch nicht so riesig. Es ist ein so ein Durchgang. Also so zwei... Ein Zimmer auf zwei Etagen. Das war's. Aber das hier? Oh lieber Gott. Also da komme ich her. Da habe ich drei Wege zur Auswahl. Ha! Oder auch nicht. Sehr schön. Äh! Äh! Ich bin eigentlich mal schnell genug für das hier. Ach, da bin ich jetzt. Okay. Kann man da auch so schön wie... Ja, kann man. Das ist aber nicht die feine englische Art, Hunde im Zwinger zu schlachten, aber... Wegen im Zwinger. Das Aruhe ist... Scheiße. Jetzt sehen die in dem Spiel eher etwas wie die Paden oder sowas. Aufgrund ihrer Tüpfeligkeit. Geht's doch jetzt auch runter in die Kanalisation oder nicht? Ach, da. Komm her. Komm her. Oder so. No response to resident appears to be dead. Äh. Habe ich was falsch gemacht? Bin ich zu spät? Ich dachte, da wäre das kleine Mädchen drin, die um Hilfe ruft. Aber es scheint ja im Original auch so zu sein, dass man nicht zu jeder Zeit so Leute antreffen kann, sondern dass es durchaus passieren kann, dass man, wenn man halt bestimmte Ereignisse vorher auslöst, dass es dann halt einfach zu spät ist. Ach ja, oh Gott, oh Gott. Oh. Ein Hoch auf den aufgeladenen Schlag. Aber könnte man da jetzt noch irgendwo eine Abkürzung zu irgendeinem Speicherpunkt machen? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich in dieser Kanalisation wieder sterben werde. Kein Bock, den ganzen Weg wieder zu latschen hier. Aber es sieht ja fast nicht so noch aus. Na gut, ich weiß mal in etwa, wie ich hier herkomme. Einigermaßen flott. Versuchen wir es. Cool. Das darf jetzt bitte immer so laufen. Ja, das ist los. Ich habe es ganz am Anfang der Folge schon versucht zu erzählen. Yarnam ist ja, weil das Spiel so Lovecraft-Anleihen hat. Yarnam ist, klingt für mich zumindest nach einer Anlehnung an Arkham. Also nicht an das Arkham Asylum aus Batman, sondern an die Stadt aus den... An die Stadt aus den ganzen Nachmacht-Romanen, wo diese Universität ist. Jetzt bin ich natürlich... Moment, ich mache den Umweg mal da rein. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich glaube ich auch schon direkt wieder die Waffe... Die Waffe verbessern. Oh, ich merke es jetzt spät. Ich mache so einen Versuch, wenn ich jetzt wieder sterbe, dann passt das dann für diese Folge. Jetzt muss... Nein... Was brauche ich denn? Ah, ich brauche schon ein Twin-Dings-Kirchens. Okay. Ich möchte aber nicht die Torch aufleveln. Ich würde gerne... Wenn, würde ich gerne die Donnerbüchse aufleveln. Ich muss jetzt immer die ausgewählt haben. Ich finde diesen Track so geil. Also im Original klingt er schon schöner. Moment mal. Citrojanum ist der erste. Great Bonfire. Ja, nehme ich den. Da renne ich jetzt hier einfach mal durch. Ich glaube, wenn ich jetzt auf der anderen Seite da runterhupfe... Genau. Ah, der trifft aber auch kein Scheumentor, wenn er nicht anvisiert hat. Okay. Na jetzt. So. Was heißt denn, Rabbit Dog? Ist das sowas wie verrottet oder was? Man weiß es nicht. Okay, ein Versuch noch in der Kanalisation. Falls es nicht hinhaut, ist das was für die nächste Folge. Ach, Scheiße. Das hatte ich vorhin souveräner gelöst. Okay, das zählt nicht. Ich will wenigstens einmal noch den Versuch machen, da unten in der Kanalisation was zu reißen. Ich will. What die estos, was das? Das sind Bombsch. Oh. 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 ich sag jetzt mal hier oben probieren wenn ich da runter falle falls es mich nicht komplett umbringt gleich kann ich denn nur noch unten shit okay ich glaube es ist ein zeichen es ist kurz nach zwei uhr in der nacht ich glaube ich sollte jetzt einfach aufhören ja und somit beenden wir diese folge einen gleichen speicherpunkt wie wir sie begonnen haben und ja wie geht die kanalisation der nächsten folge an und wenn ihr sehen möchtet wie ich mich da wieder vorwärts scheitere dann seid gerne wieder dabei und bis dahin sage ich weit man's heil und bis dann dann